Okay, ich habe die Chance mit vier Frauen vom DFB zu sprechen hier bei den Media Days und ich dachte, ich stelle jetzt mal die wirklich wichtigen Fragen. Welches Thema hatte dein bestes Referat, was du in der Schule gehalten hast zuletzt? Es geht um die Wurst. Habe ich rausgefunden, was so in der Wurst enthalten ist. Das ist dein Lieblingssport. Tanzen? Ja. Was wäre so eine geile Sache, die du in eine WG mitbringen würdest, wenn du da einziehst? Abgesehen von mir. Und guter Laune. Und guter Laune. Mein Hund. Schwierig. Was bist du denn vom Sternzeichen? Jungfrau. Jungfrau. Kann ich doch zur Freigang? Trinkst du eher Still- oder Spulwasser? Leitungswasser. Also Stilles? Ja. Heck den Wasser mit. Voll gut. Magst du Fußball? Warst du schon mal in Grönland? Nee. Ich auch nicht. Wir haben echt viel gemeinsam. Das war's. Okay, tschüss. Danke fürs Wasser. Gerne.